Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir noch mal einige Aufgaben zur Addition und Subtraktion von rationalen Zahlen vorrechnen. Ich werde dir da ein spezielles Vorgehen zeigen, das ich dir auch sehr empfehlen würde, weil es einfach deutlich einfacher ist als vieles, was man in verschiedenen Mathebüchern findet. Also ich werde gleich so vorgehen bei diesen sechs Aufgaben, dass ich sofort jeweils die Schreibweise vereinfache und dann am Zahlenstrahl bzw. an der Zahlengraden Überlegungen anstelle, was da für Ergebnisse herauskommen. Und ich würde dir empfehlen, genauso vorzugehen, auch falls du das im Mathematikunterricht anders hattest, weil es so aus meiner Sicht ganz deutlich einfacher ist und man kann sich das Ganze einfach besser merken. Damit du gut in diese Denkweise reinkommen kannst, habe ich einmal so eine Zahlengrade. Wir sehen hier in der Mitte die 0 und dann geht es da von plus 100 bis minus 100. Und zusätzlich habe ich noch zwei solche Zahlenstrahle, die gehen von 0 bis 200. Und einmal habe ich einen Zahlenstrahl für die Subtraktion. Da geht es nach links und ich kann das umdrehen und dann habe ich einen Zahlenstrahl, der geht nach rechts von 0 bis 200. Den benutze ich dann für die Addition. Diese Vorlage hier kannst du dir kostenlos runterladen. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Dann kannst du dir auch so eine kleine Maschine basteln. Dann kommt man erstmal sehr gut in das Denken rein. Wie funktioniert das? Und dann sind die wirklich ganz einfach, die Aufgaben. Und du wirst dann keine Schwierigkeiten mehr haben. Gut. Ja, diese sechs Aufgaben gehe ich durch. Da ist eigentlich dann alles so dabei, was dir so begegnen kann in deinen Aufgaben, die du gestellt bekommst. Und ich denke mal, dann ist die Sache glasklar. Gut, ich lege mal hier los mit der Aufgabe A. Das erste, was du zu tun hast, ist es also, wie gesagt, die Schreibweise zu vereinfachen. Das habe ich schon in ein paar Videos erklärt, wie das funktioniert. Das Ergebnis der ganzen Videos war folgendes. Wenn wir hier zwei gleiche Symbole haben, plus, plus oder minus, minus, dann können wir das durch ein Plus ersetzen. Wenn wir hier zwei unterschiedliche Symbole haben, plus, minus oder minus, plus, dann können wir das durch ein Minus ersetzen in der vereinfachten Schreibweise. Wenn du das hier nochmal erklärt haben möchtest, dann musst du dir nochmal meine anderen Videos anschauen. Die findest du in derselben Playlist wie dieses Video hier. Gut. Ich lege mal hier los. Also, vereinfachte Schreibweise. Da vorne das Vorzeichen, das können wir so übernehmen, wie es da steht. Plus 43. Ja, das bräuchte ich dann gar nicht mehr hinzuschreiben. Das ist dann einfach 43. Und minus, plus, zwei verschiedene Vorzeichen oder zwei verschiedene Rechenzeichen ersetze ich durch Minus. Ja, jetzt siehst du bei der Aufgabe schon, das konntest du ja schon in der Grundschule rechnen, sowas hier. Da sieht man jetzt auch nochmal, dass die vereinfachte Schreibweise wirklich deutliche Vorteile hat, weil ein Teil der Aufgaben ist dann so einfach da. Das kann man eigentlich schon so dann im Kopf rechnen. Trotzdem werde ich das jetzt hier einmal an der Zahlengeraden noch zusätzlich zeigen, damit du dich da schon mal reindenken kannst. Später brauchst du dann dieses Hilfsmittel hier nicht mehr, dann kannst du das komplett im Kopf machen, ohne dir irgendwelche Regeln zu merken. Gut, 43 minus 11. Ich muss jetzt also die Seite nehmen mit der Subtraktion. Ich starte bei der 43, das heißt, ich stelle dieses hier auf die 43 an der unteren Zahlengeraden und rechne dann minus 11. Also das ist meine Startzahl und das ist das, was ich mache. 43 minus 11. Dann bin ich da und ich bin angekommen bei 32. Hier. Und schon bin ich fertig mit der Aufgabe. Klar, die hättest du natürlich auch so hinbekommen. Wenn dein Lehrer darauf besteht, dass du in dieser Schreibweise bleibst, dann kannst du diesen Zwischenschritt einfach auf einen Schmierzettel schreiben. Gut, weiter geht's bei der nächsten Aufgabe. Plus 26 minus minus 19. Ja, das übernehmen wir so wie es ist. 26 also. Minus minus. Zweimal dasselbe Zeichen. Wird durch ein Plus ersetzt. Also 26, ja, plus 19. Das würdest du auch noch so hinbekommen. Ich mache es trotzdem nochmal hier. Startzahl ist 26. Und dann müssen wir 19 nach rechts gehen. Ich muss also hier die Additionsseite nehmen. Ich starte bei 26. Und dann muss ich 19 weiter rechnen. Also bis nach da hin. Ja, und wo komme ich an? Bei 45. Ja. Gut. 26 plus 19 ist 45. Ja, das passt. Die nächste. Minus 54. Das bleibt so wie es ist. Plus plus 36. Ja, das ist dann also plus 36. Da kommen manche Leute schon ins Schleudern. Jetzt hilft uns wirklich diese Zahlen gerade. Ich starte bei minus 54. Das ist da hinten. Und gehe dann in den Plusbereich. Also nach rechts wieder. Ich muss also diese Seite hier nehmen. Minus 54. Das ist da. Da. Und von da aus muss ich jetzt plus 36, 35, 36. Dann komme ich da an. Ich sehe jetzt hier auch, wenn ich bei minus 54 starte und ich rechne plus 36, dann komme ich nicht an der Null vorbei. Ich bleibe also im Minusbereich. Ich kann jetzt hier schon sehen, da kommt garantiert Minus raus. Also, nochmal minus 54, dann plus 36. Ich bleibe im Minusbereich. Komme hier an zwischen minus 10 und minus 20. Das sind minus 18. Ja. Okay. Wenn du mal hier schaust, du siehst also auch schon an der Aufgabe. Ich bleibe im Minusbereich und von den 54, bei der ich ja gestartet bin, bleiben dann noch 18 übrig im Minusbereich. Ich muss also gucken, wie viel werden von den 54 abgetragen sozusagen, wenn ich Richtung Null gehe. Wie viel bleiben übrig? Ich muss hier also den Unterschied ausrechnen. Gut, direkt zur Nächsten. Das ist gleich minus 13, minus 28. Ich bin schon im Minusbereich und gehe noch weiter in den Minusbereich. Da kommt also garantiert Minus raus. Ja. Wir schauen hier nochmal. Ich starte bei minus 13 und ich rechne Minus. Also muss ich nach links gehen. Minus 13, das ist da. Und jetzt nochmal zusätzlich minus 28. Ich gehe also nach links, ich komme noch weiter in den Minusbereich. Minus 28. Das ist dann da. Ich komme an bei der minus 41. Ja. Das mit diesen Streifen solltest du mal selber ausprobieren unbedingt. Ja, dann kannst du das unheimlich gut nachvollziehen. Und nach einer Zeit braucht man die Streifen dann auch nicht mehr, wenn man das einmal verstanden hat. Gut, die nächste. Plus 15, also 15 plus minus 48, also minus 48. Ja, hier starte ich im Plusbereich, gehe nach links und zwar komme ich sogar über die Null hinaus. Ja. Nochmal zur Verdeutlichung hier an dieser Rechenmaschine. Ich nehme wieder die Minusseite, ich will ja Minus rechnen. Also ich starte bei 15, das ist da. So, und gehe jetzt minus 48 bis dahin. 40, 45 bis 48. So viel muss ich ja Minus rechnen. Wo komme ich an? Bei minus 33. Das ist dann das Ergebnis. Das ist auch irgendwie logisch. Wenn ich bei 15 anfange und dann minus 48 gehe, dann brauche ich ja erstmal 15 Schritte, um erstmal bis zur Null zu kommen. Und dann gehe ich noch 33 weitere Schritte, um die ganzen 48 Schritte gegangen zu sein. Ja. So, und die letzte Aufgabe. Minus 17, minus minus 21. Also haben wir hier Minus 17 stehen und Minus, Minus wird durch ein Plus ersetzt. Ja, das ist jetzt im Prinzip der umgekehrte Fall. Ich starte im Minusbereich und gehe dann 21 Schritte nach rechts. Das heißt, ich komme über die Null hinaus. Also ich muss addieren, dann drehe ich den Streifen hier so rum. Ich starte bei Minus 17. Da. Und gehe jetzt plus 21. Dann komme ich hier an der Null vorbei. Bis 21 muss ich ja gehen. Und lande bei der Plus 4. Ja. Das ist auch wieder logisch. Minus 17 ist meine Startzahl. Ich gehe jetzt 21 Schritte nach rechts. Dann habe ich natürlich schon mal 17 Schritte aufgebraucht, um erstmal bis zur Null zu kommen. Und dann bleiben noch 4 Schritte übrig, die ich dann noch zusätzlich in den Plusbereich gehe, von der Null aus. Ich lande also bei plus 4. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war einleuchten. Lass mir gerne einen Kommentar da. Like mein Video. Abonnier doch meinen Kanal. Und schau dir meine anderen Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Rashos. Dann geht sûr. Jahr.